Stimmt's? Partner? Ellbogen. Ihr seid echt zum Schießen. Das Kultusministerium. Oh mein Gott, ihr meint es ernst? Tu... Ich hab's. Privat. Sammler. Hä? Hört mir mal kurz zu. Ich versteh ja echt, dass die ganze Sache auch eine moralische Frage ist. Wirklich. Ich bin da ganz eurer Meinung. Aber können wir nicht... Verdirbt den Moment nicht. Wirklich. 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 Wirklich.